So Freunde, jetzt sind wir gerade in Görlitz schon wieder, bei der Dreifaltigkeitskirche. Diese Kirche ist sehr, sehr groß, hat einen sehr, sehr dünnen, spitzen Turm und eine Uhr. Aber diese Uhr funktioniert leider nicht, das verwundert mich etwas. Weil normalerweise sind ja die Uhren dafür da, dass sie laufen. So, und ihr müsst auch gleich läuten. In vier Minuten, in drei Minuten, in zwei Minuten, noch eine Minute. Die können wir ja auch mal kurz abwarten. Wie gesagt, diese Kirche ist sehr, sehr schön. Die ist, ja, diese Kirche ist eine Klosterkirche und ja, eine sehr, sehr schöne Kirche, spitz ist sie. Sie ist ab 1234 angefangen, erbaut worden, also das war der Anfang. Und das heißt, sie ist schon fast, naja, schon über 700 Jahre alt, kann man sagen. Also eine sehr, sehr alte Kirche. Fast 800 Jahre alt. Ja, ich glaube, die müsste gleich läuten. Die können wir ja auch mal kurz abwarten, die Minute. Ah, ich frage mich, was mit meinem Tablet so los ist, das sumpt die ganze Zeit immer. Görlitz ist ja auch eine sehr, sehr alte Stadt. Hier ist auch noch das Rathaus in Görlitz. Ja.